Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, in dem heutigen Video, mal gucken, ob wir das Format öfter bringen werden. Hol ich jetzt gleich eine Zuschauerin von mir rein. Und ich werde gegen sie ein 1 gegen 1 machen. Wenn sie gewinnt, bekommt sie von mir einen Skin. Wenn sie verliert, bekommt sie nochmal die Chance, in normalen Duos zu gewinnen, um halt eben einen Skin zu bekommen. Ich bin gespannt, ob sie gegen mich gewinnen wird, aber ich sage euch eins, ich glaube, das wird sehr schwer. Wir holen die jetzt in meine Lobby rein. Ich würde sagen, let's go, Junge. Hallo? Hast du gerade noch geübt, oder was? Ich wollte eins gerade eins spielen. Ach so. Ja. Ja, ich habe mir das so gedacht, guck mal. Wir machen jetzt erstmal 1 gegen 1, okay? Wenn du da schon gewinnst, dann bekommst du von mir einen Skin. Falls du nicht gewinnen solltest... Wenn ich einmal gewinne. Genau, eine Runde. Wenn ich eine Runde gewinne, bekomme ich von denen einen Skin. Richtig. Und wenn wir später die Duo-Runde gewinnen, würdest du vielleicht noch einen zweiten Skin bekommen. Aber ich suche mir die Skins aus. Okay. Okay. Lass erstmal so bis 40, 30 machen. Bis 30? Oder 20. Lass bis 10 machen. 15, 15. Warum 15? Das ist viel zu viel. Okay, dann 13. 10. Okay, 10. Okay. Ich glaube, ich kann dir auch direkt einen Skin dann schenken, ne? Nee, eigentlich egal. Nee, nee, ich meine, wenn du gewinnst. Ich meine, also ich habe dich ja schon länger als zwei Tage in der Liste, weißt du? Ich glaube, so halb ein Junge, ne? Ja, siehste, Junge, dann geht das, ja. Auch gerade meine erste Runde, ich sage ehrlich. Meine aller, aller, allererste Runde. Nein, du auch. Oh mein Gott. Also, wenn ich meine erste war. Ich habe schon heute vier Siegel geholt. Yeah! Tja, ja, ja. So nicht, mein Freund. Du kriegst doch einfach so viel. Ey, voll gut, ne? Wie viel Damage habe ich dir gemacht? 820er direkt, wa? Bro, es ist zu heftig. Oh mein Gott. Ich sage, mein Aim ist besser, aber ich baue nicht mehr so gut. Ey, du bist ja im selben Gebäude wie ich. Was soll das denn? Weiß ich nicht. Kann man dich ja ein bisschen nerven. Ja, komm. Okay, geht los. Du weißt aber irgendwie auf einmal genau so viel. Ja, ich habe Aim-Bot. Ich treffe alles, guck mal. Ja. Das merkt man. Nerve ich dich? Das merkt man sehr gut, sogar. Komm, 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 komm. Ey, was soll das? Ey, wieso hast du das aber immer so viel Treppe? Welche Treppe? Ey, ich meine diese... Wie heißt das? Kohn? Ja. Ich place die immer bei dir direkt rein. Ja, aber du spielst ja auf Playstation. Hast du eine Playstation 4 oder 5? Äh, 4, aber ich komme vielleicht bei eine 5. Ja, siehst du, dann hast du ja auch nur Dings-FPS. Dann hast du ja nur 60 FPS. Damit kannst du ja auch nicht so viel machen. Ja. Wie viele Punkte sind jetzt schon mal an mich gegangen? 2-0, ne? Ja. Okay. Also ich sage ehrlich... Einmal bist du alles. Ich weiß nicht, warum ich alles getroffen habe. Der letzte Schuss war sogar Headshot. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir gleich Duo spielen, dann werden wir aber 100%ig gewinnen. Aber ich werde hier mein Bestes geben. Ich werde versuchen, dass du wirklich nicht gewinnst. Ich sage dir ehrlich. Nee. Nee. Du musst da auf jeden Fall schon Vollgas geben, ne? Keine halben Sachen. Aber ohne runterschießen? Ohne runterschießen? Ja. Aber ich habe wirklich schlechten Nut jetzt gerade, sage ich ganz ehrlich. Boah, wie hoch oben bist du denn bitte? Oh mein Gott. Wo baust du dich hin? Ja, komm. Mach Blumenfeit. Trau dich. Ja. Ja, würde ich auch nicht machen. Ich glaube, ich muss dich runterschießen. Nein. Warum nicht? Verboten. Verboten? Ja. Du hast doch bestimmt noch... Warte mal. Ich weiß, was ich machen kann. So. Nein. Weg. Bin gleich da. Ein Ball. Hä? Was soll das denn jetzt? Bist du auf einmal runtergegangen, oder was? Mhm. Hab dich. Also die ist in meine Box gekommen. Ich weiß auch nicht. Ich bin auf einmal unten da gewesen, habe einen Pumpschuss gegeben und dann wolltest du bauen und du hast die Treppe genau zwischen mir gebaut und die wurde nicht geplaced. Du bist unlucky gewesen. Oh, du bist sogar jetzt auf Low-Ground. Komme. So. Guten Tag. Oha, wie gut du dich direkt runterbaust. Geht denn jetzt bitte hier ab? Ich glaube, du hättest hinten rumgemusst. Dann hättest du... Ach, du hattest sogar eine goldene Havok-Schruttflinte. Ja. Kriegt man eigentlich hier auch eine mythische? In ein anderes T-Shirt. Ach so, okay. Ah ja, das ist ein altes T-Shirt-Tower-Zone-Wars, ne? Mhm. Hey, ist hier los? Sehr gut gekonnt hat. Seklar-Fakt. Nee, ich heiße nicht so. Du heißt nicht so? Oha, die kohnt mich einfach. Ich bin voll überfordert mit der Sensibilität. Warum holst du denn die nie High-Ground? Kämpfe lieber. Nein, das war ein Fehler von mir. Oha, wie hoch willst du dich hochbauen? Ich finde das immer so gut. Aber du kannst wirklich richtig gut, wenn du wenig Leben hast, kannst du richtig gut so vor den Gegnern fliehen. Ohne Spaß. Das muss man auch erstmal können. Du baust auch immer hinter dir so eine Treppe, weißt du? Ja, auch schon. Hey, du schiebst ja gleich an den Sohn. Hallo. Lasse. Nein. Hör mal rein. Raus. Schnell. Schnell, 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 schnell. Achso, du wolltest dir dieses Leben im Tower holen da, ne? Vielleicht wird das ja jetzt was. Oh, jetzt habe ich auch mal eine blaue, ähm, eine goldene Habock-Schrotpinne. Und ich habe die automatische. Ganz toll. Oh je. Oh mein Gott. Ich habe fast Voll-Damage bekommen. Was soll das denn hier? Ah. Mein Gott. Bro. Wo bist du? Du hast mir aber auch noch einen Schuss gegeben. Egal. Ich hätte dich hart. Ganz knapp. Aber man muss auch bedenken, ich habe 240 FPS. Du hast 60. Ich habe Maus und Tastatur. Du hast nur einen Controller. Hast du einen normalen Controller oder so einen Pro-Controller? Äh, normalen. Alter, ach ja, hat es ja gesagt gehabt sogar, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das hättest du nicht machen sollen mit den Aufmachen, sage ich ehrlich. Soll ich mal hochkommen jetzt direkt? Guck jetzt. Du bist jetzt wieder in der Zone und was machst du da unten? Ich wollte schon wieder an diesem Ding. Ach so. Ja, ich habe dich jetzt auch direkt gekillt, weil sonst hättest du mich wieder in die Zone-Impuls. Das werde ich noch. Wirst du nicht schaffen. Oh, jetzt habe ich die Geschichte mal. Oder was ist das hier? Jo, ich habe das. Jetzt bin ich mal dran. Jetzt bin ich mal dran. Sag ich dir, wie es ist. So, junge Dame. Ah, mein Gott. Ich habe mich selber gekillt. Zählt das? Okay, ja. Ja, ich weiß, bin mir nicht so sicher. Ja, hiel dich erst mal. Mach entspannt. Du bleib ruhig. Aber ich muss sagen, ich spiele heute nicht so gut. Ich weiß nicht. Also, wenn wir, da ich du spielen, damit das ist, glaube ich, sehr schwer für mich auf jeden Fall. Sag ich ehrlich. Ich weiß nicht, aber so ein Duo bin ich irgendwie so besser. Ehrlich jetzt? Wenn ich jetzt nicht so gut spiele, dann bin ich, finde ich, bin ich besser. Oha. Wie habe ich bitte jetzt schon wieder ein 132er so gedrückt? Ich verstehe das nicht. Ja, kümmerlich. Ich hatte keine Wecken, ja. Oh, ja, okay. Ja, du hast auch viel nach oben gebaut, ne? Wie, du willst noch ein paar Runden spielen? Ich würde jetzt in Duos reingehen. Okay. Okay, liebe Alina. Da machen wir jetzt eine Duo-Runde. Wir machen es aber so. So, du hast mich ja jetzt einmal gerade gekillt. Ist das richtig? Ja. Genau. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt diese Duo-Runde spielen und wir gewinnen, dann schenke ich dir einfach irgendein Paket oder sowas. Keine Ahnung, Mann. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? Willst du dann gleich noch nach Mega-City gehen, wegen dem Tresor so irgendwie? Nee, lass dann geradeaus werden an dieser Tankstelle so. Okay, also sollen wir uns nicht die mythische Schrottflinte holen? Doch. Wir können ja die Gitarren schützen. Okay. So, aber deine Runden sind doch nicht so ultra krass, oder? Warum gehen wir dann auf eine geheimen Insel hier? Da hätten wir auch ein Haus. Ah, ja, stimmt. Da können wir dann auch noch hingehen, ja? Und ich glaube, hier kriegst du auch gut Materials. Und vor allem, du hast hier diese Dinger, womit du moving kannst. Das ist ja mal richtig gut. Okay, Mann. Pistole am Start. Ich habe schon alles. Oh, ich hoffe, das Internet stirbt mich ab. Nee, Mann. Das wäre richtig schlecht. Aber ich glaube nicht, gerade geht es eigentlich. Aber ich habe trotzdem Package lost. So, auf jeden Fall. Ich habe leider Package lost. Ich habe doch eine Görung. Boah, ach so. Ja, okay. Dann nehme ich deine alte. Obwohl, nee. Dann nehme ich lieber die blaue Pistole. Das ist, glaube ich, besser. Dann willst du die. Nee, nee, nee. Nimm du. Du hast ja auch eine Chest übersehen. Wie kann man bitte diese Chest hier übersehen? Okay, jetzt habe ich alles. Ich lande hier oben mal drauf. Okay, ich dann hier rein. Spielst du auch dieses 3D-Manöver oder was da Dings zum Moven gibt? Spielst du das? Na, okay mal. Warte. Okay, doch. Das habe ich nicht rausbekommen. Aber hier diese mythischen Waffen, diese Gegenstände. Selten. Selten, okay. Dann bist du auf jeden Fall kein Noob. Weil nur schlechte Spieler spielen damit. Ey, wenn du aber irgendwo Spider-Man findest und du willst das nicht spielen, dann markier das, weil das würde ich gerne mitnehmen. Ach gut. Komm, bitte lass es mal. Ja, warte. Ey, guck mal, Brutal. Ey, Mega City ist auch noch keiner gewesen. Lass da hingehen. Okay. Weil wenn wir... Du weißt, ich habe gutes Aim. Oh mein Gott, perfekt. Wow. Ich glaube, wir sind aber auch in einem voll chilligen Lobby drin. Kann das sein, weil sich niemand die Karte holt? Ja, aber es sind 39 Gegner für diesen großen... Ja. Also hier sind wir gerade für den Loops-Lobbys. Ich glaube, wir sind in einem richtigen Loops-Lobby. Also bis jetzt habe ich schon nicht viele Schüsse gehört. Ne, Mann. Hier ist doch wirklich... Hier ist wirklich keiner. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Hier vorne bei mir. Die sind am Tresor. Hä, wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen? Ich habe jetzt wenigstens mehr Pum. Das ist gut. Geh mal gucken. Oh mein Gott. Zocker-Skin 65 Damage. Oh mein Gott, was sind das für Knechte? Die sind nicht schlecht. Pass auf. Hab den, hab den, hab den. Einer dead. Oh mein Gott, der hat sogar eine blaue Heavoc-Schrug. Deswegen hat der auch so viel Damage gemacht. Pass auf, pass auf, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Warte, ich gebe den Laser. Warte. 17, der, 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 der hat ja gar kein Leben mehr. Der hat ja gar nichts mehr. Oh mein Gott, wie gut. Ich habe noch ein Mad-Kit, falls du einen brauchst. Alles gut, ich habe ihn. Pass auf, okay, Mann. Ja, dann lass uns die Bots schnell holen und dann ab in den Tresor, ne? So, ich habe hier alles entspannte Lage. Nimmst du die Karte mit? Oder ne, ich komme, ich komme zu dir. Wusstest du, dass man sich in den Tresor immer noch reinbudden kann? Ja, aber ich mache das nicht, weil ich weiß nicht, man kann gebannt werden, ich will es auch nicht machen. Oh, perfekt. Let's go. Hä? Der hat mich auf ein HP runtergeschossen. Ey, lass den reporten, der wird sowas von gebannt. Hat der das, hat der den Glitch gemacht? Der hat den Glitch gemacht, ja. Ich glaube, der hat das von deinem TikTok gesehen. Ne, man kommt da so nicht mehr rein. Wie hat der das denn gemacht? Ja, das geht jetzt wieder ganz anders. Der hat den One Pump gegeben, ja, der hat ja auch die mythische Waffe, deswegen. Also den Bug benutzen so und dann drinnen chillen und dann niemanden killen kann man machen, ist erlaubt. Aber wenn du dann noch auf die Gegner so pusht, dann, das ist nicht erlaubt. Das darfst du nicht. Okay, ich suche aus, wir gehen hier vorne hin. Vertraue mir. Das Beste, warum springst du schon so früh raus? Ich weiß nicht. Vertraue mir da vorne, looten, dann zum Hafen links und dann nach Shuttered die Karte holen. Beste Meta. Stimmt. Ich habe gerade gar nicht geschickt, wie ihr das gemacht habt. Oder wie sie da waren, weil wir da drin waren, wenn ich nicht immer mehr tot war. Ja, ich habe es auch nicht realisiert. Ich habe gedacht, so, jetzt gehen wir uns schön Loot holen. Auf einmal, boom. Das war schon komisch. Ich wollte eigentlich gerade die mythische Pumpen und wenn man sagt, sei eigentlich kein Pumpen, dann ist er auf einmal bald tot. Ey, hier sind Spider-Man-Dinger. Und ein Mini. Oh, okay. Oha. Spielst du die Spider-Man-Teile nicht? Doch, doch, doch. Die anderen waren aber besser. Findest du? Ja. Okay, dann habe ich jetzt auch wirklich alles. Also, von mir aus können wir jetzt nach Shuttered gehen. Hm, gleich. Gleich, okay. Ah, wo bist du denn? Du bist zum anderen Ende der Map gelaufen schon. Ah, nee, du bist ja mit den Spider-Dingern gemoven. Okay, ich nehme alles zurück. Oha. Nein, 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 nimm du. Spielst du die Schadenschrottflinte? Nein. Nein? Okay, dann nehme ich die nicht. Soll ich dir die Golde kaufen? Welche? Boah. Nee, 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 nee. Ich finde die irgendwie besser hier, diese normale, weißt du? Die nur 20 Schuss hat. Ich finde die cooler. Okay, dann lass mal. Ich gehe schon mal nach Shuttered. Einfach mal abchecken die Gegend. Das sind aber richtige Spieler. Warte, ich gebe einen Laser. Oh mein Gott, der hat so wenig Leben. Der hat so wenig Leben. Hallo. Stark. Habt ihr einen anderen auch? Der hat sogar eine blaue Havoc. Die nehme ich mir direkt, sage ich dir ganz ehrlich. Wilde Geschichte. Die hatten auch voll die Schwitzer-Namen, ne? Nochmal. Bitte, bitte ein Biggie. Oh mein Gott, kann ich den haben? Ja. Wow. Ah, geh du ruhig in den Tresor rein. Ich kümmere mich um die beiden. Ja, ich warte vor. Ja, mach locker flockig. Wo wurden die, hier wurden welche rebooted, ne? Ja, ich sehe schon, wo. Ja, oben, aber egal, egal. Kommst du? Ja, da kommt noch ein anderes Team. Warte kurz. Egal, egal, egal. Ich habe Luft, die Kurs, die Luftgegleich auch. Ich habe Luftgegleich auch bekommen. Luftgegleich will die Geschichte. Kommt so schnell? Warte, ich gehe mal kurz den Gegner holen. Hab den, hab den, hab den, hab den. Okay, ich habe den nächsten auch. Alter, hier sind ja viele, hier sind ja, das ist jetzt schon, das ist wieder ein anderes Team. Wie viele sind denn bitte hier? Egal, kommst du schnell? Äh. Hä? Bro, der macht einfach den Baum kaputt. Egal, ich komme. Wie schlecht die alle sind. Warte, ich gebe dir ein paar Materials. Ich habe genug. Oh mein Gott. Das ist wichtig. Danke mal. Danke, du hast jetzt auch sehr schön. Stark. Spider-Man hast du ja, ne? Ja. Okay, Mann. Wir sehen auch noch zwei goldene Dinger. Hören Sie die da mit? Ja, die würde ich dann auf jeden Fall mitnehmen. Könnte ich dann vielleicht an? Ja, natürlich. Klar. Also die, die jetzt hier irgendwelche Leute hochgeholt haben, die werde ich jetzt alle killen. Und Spaß. Hol dir, hol dir die. Obwohl, nee, hier gibt es noch diesen mythischen Saft. Lass den mal holen. Dann haben wir richtig viel. Okay. Hier das noch bekommen. Oh mein Gott. Guck mal, dieser Oma Rindo 2000, der ist wieder hier in der Lobby drin. Unten im Chat links. Der uns gekillt hat in der letzten Runde. Oh Junge, perfekt. Wo ist das denn? Achso, da vorne, ne? Okay, wo ist die Loot? Achso, Loot Island ist auch da vorne direkt. Da müssen wir auch hingehen. Da vorne. Ich hab nicht schlafen. Stark. Ich glaub, wir werden gewinnen die Runde. Ich sag ehrlich. Obwohl mein Internet macht jetzt wieder ein bisschen Welle. Oh mein Gott. Nein. Am Abend ist das eher. Ja, irgendwie schon, ne? Wie viele hast du jetzt von den Dingern, von den Schlürfseften? Zwei. Zwei. Okay, du hängst immer bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, Mann. Sollen wir nochmal nach Loot Island oder nicht? Komm. Komm, 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 komm. Hallo? Ja. Bei mir sind Gegner. Ja, bei mir auch. Jetzt nur einer. Na, dein Team-Mate kommt. Oh, Voll-Damage. Das war's. Schaffst du das? Schaffst du gegen die oder nicht? Äh, also ich hau ab. Ja, ja, hau ab. Ich, 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 ich. Ich hole mir noch eben kurz hier unbedingt die. Nein, 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 nein. Der eine war auf Karten Busch. Oh mein Gott. Soll ich rüberkommen? Ich wollte abhauen von den Gegnern. Auf einmal war der eine da drin. Oh mein Gott. Wie schlecht von denen. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ja, ich baue den Busch einfach ab. Ja, das sind halt eben Buschcamper am Start. Da kannst du nichts machen, ne? Ah, glaub, das werden immer mehr. Ja, ich komme jetzt. Die Flagge wurde jetzt genommen, dann bin ich direkt unterwegs. Und ich kann nur noch zwei Sachen bauen. So, jetzt, 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 warte, ich nehme mir noch kurz diese Waffe mit. Ich habe alles. Ich habe nur 23. Aber ich habe auch nicht so viele mehr. Ich habe insgesamt, na, 700, 800 Stück, aber ich kann dir auf jeden Fall welche geben. Alles gut, ich fange gerade. Okay. So, wo sind denn jetzt hier die Gegner, die dich genervt? Auf dem Berg. Also da waren die. Da vorne. Gib mir mal so einen Saft und dann gehe ich mal rein, ja? Kommst du mit? Ja. Ah, ich habe genug Öl. Okay, okay. Einfach mal gucken. Die müssten dann ja hier auch irgendwo sein eigentlich. Was für die machen? Skybase, nicht mit uns. Guck mal, die haben sogar Luftikus, ne? Boah, der eine ist Schildcrack hier vorne. Da oben sind noch welche die Skybals machen. Ich habe einen geholt. Der war richtig gut. Ich schieße jetzt hier wieder an und machen die ganze Zeit Skybase. Okay, okay. Die sind beide nicht schlecht. Ich glaube, da sind wieder ein anderer. Wann ist eigentlich das Video davon? Warum muss ich dann gucken? Let's go! Du bist die beste, Mann! Das war... Ich sage dir ehrlich, das waren die größten Schwitzer in dieser Runde, ne? Ich glaube, da hinten kämpfen welche. So, mal gucken, sagst du, ne? Ich gehe die Warns abchain. Hast du das gerade gemacht oder war das ein Gegner? Ach so, das war ich. Ja, sorry. Alles gut. Ja, das war ich. Stimmt. Habe ich voll vergessen. Hast du genug, ne? Ich habe jetzt wieder welche. Ich habe auch genug. Der erkennt jemand im Busch. Ja, und rechts kommt einer, ne? Oh mein Gott, ich habe den Schildcrack gehauen. Den hier vorne. Ich muss den pushen. Sorry. Ich muss mir den jetzt holen. Ich sage dir ehrlich. Oh, hätte ich den getroffen und dachte, ich habe einen. Stark. Ich hätte tatsächlich nur Kronos. Bro, er baut sich bis zum Mond, ne? Ich sage dir ehrlich. Ja. Den will ich jetzt unbedingt haben. Der hat mir jetzt meine ganzen Materials verschossen. Der wird jetzt sehen. Habt den. Kommt direkt der Nächste. Okay, ich gehe rein. Schildcrack, schildcrack, schildcrack. Hier vorne. Stopp. 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 Boah, Alter. Wir sind so gut. Du hast einfach 5 Kills gemacht. Aber ich spiele gerade auch so krank. Aber du brauchst einen Fisch, ne? Schaffst du das? Nein, Digga. Er ist schlecht. Ich habe keine Mets mehr. Er gewinnt. Der größte Noob mit der größten Noob-Waffe. Ich habe keine Materials gehabt. Ich konnte nichts machen. Was ist die Runde? Ne, Mann. Ich würde sagen, die Runde zählt. Wir haben gewonnen, weil wir haben die komplette Lobby auseinandergenommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Alina, noch ein paar letzte Worte? Hau sein. Lasst ein Abo da und ein Like. Wichtig. Haut da rein. Undă lau-